Es ist Freitag. Es ist der letzte Freitag im Februar. Und das heißt, es ist Sportleidermannstag. Ein Tag, der, zumindest bei mir, mittlerweile wieder fest im Terminkalender eingegangen ist. In den unterschiedlichen Sportarten, ob Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Badminton, Schwimmen, natürlich im Triathlon immer stärker werden, muss man ausdrücklich erwähnen. Und natürlich auch den Spaßbus, was Rolf auch schon gesagt hat. Auch den Spaßbus, was man ganz herzlich mitwunsch sagen. Jetzt kommt der Kommando in der Gruppe. Komm, 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 komm! T-T-T Der erste Platz, die Sportlerin des Jahres 2018, geht an eine Sportlerin... Tja, ich sag mal so, ihre Schwester... ...stand 2010 auf dieser Bühne. Damals war es Emmerstock, heute ist es Lotter Star! Komm auf die Bühne! Respekt, Hochachtung, unfassbare Leistung. Wir wollen mehr! Die Rede ist von unserem Iron Man! Lieder im Tor! Lieder im Tor! Der erste Herrenmannschaft von Klaus Rundersberg! Lieder im Tor! Drei! Vielen Dank.